Moin und hallo zu einer neuen Folge Landwirtschaft Simulator 2015 auf dem Community Server von Manikos Und mit dabei ist heute der Lukas Hallo Und nicht im TS sind der Melron, der Alphisti, der Manikos und der Bux Die jedoch auf dem LS Server sind Wir sind dabei, unsere Felder zu bestellen Wir haben jetzt nur noch das Feld 17 zu bestellen hier Die anderen Felder haben wir jetzt bereits schon offline mal gemacht Der Steyr fährt jetzt 11 kmh, ne, nur 10 kmh fährt er Ja, das geht aber Ich glaube insgesamt fährt er eh nur 12, 13 kmh Ja, besser als das vorher mit dem Lindner mit 7 kmh Aber ich bin mein schön 20 kmh Ja, du hast die leichtere Sehmaschine Und den hätten wir 2 nehmen sollen Ja, hätten wir, aber egal Dann fahren wir so Machst du Vorgewände oder fahrst du kein Vorgewände? Ich mach's gleich Gewicht heben, nein, ich will Gewicht heben, genau Sehmaschine heben Wir brauchen wir ja eigentlich nicht mehr Du hast das ja fast schon Ja, die Bahn noch dann Scheiße, ich hab's gestern zu dünn getrunken, hab's nachher Mirofeld 16 Hat ja auch Fahrspuren drin, das sieht man ja Wusste ich nicht der Verdünngbomb sein, muss deswegen Ja, das musst du, weil der Treff-Control diese dummen Fahrspuren drin hat Ab der ersten Wachstumsphase Ja, unlogisch eigentlich Ja Naja, nicht ganz unlogisch Ja, wenn's nass ist, aber sonst Kommen halt so Spuren nicht rein Ja, also du siehst mit der Sehmaschine Fahrgassen Ja Ja Das wollten halt die, das Modding-Team halt irgendwie so andeuten Oder der Modder, wer das jetzt gemacht hat Das denke ich mir, dass er das irgendwie andeuten wollte Ja Hey, was ist das denn? Hm, mein GPS-Dingend passt nicht Ich glaub ich hab den übernommen von dir Ja, meines Freitag 3,4 Meter Hey Egal Und bleibt der Streifen jetzt stehen Ich weiß drauf Hm, genau Schöner, grüner Lindner Egal Egal Synchro-Party Äh, ging aber schnell Ja, das ist Geht bei mir auch immer schnell Naja, die haben die ne gute Interlat-Leitung als wir Die haben bestimmt 16.000 25.000 bestimmt Ich auch zwei Die haben mehr als wir 15.000 Sieht genau so beschissen aus Mit den Fahrspuren 15? Ja Hilf, da haben wir aber vor uns eben gedacht Ja, aber da war wahrscheinlich weil wir drüber gefahren sind am Ende noch Aha Aha Ja egal Und bei umdrehen ist genauso Toll Jutsch, der nächste ist weg Auch die Minebook ist schon geil Ja Ja Die Die Felder gefallen mir so Gut, die kann man am Ende alle mit dem Flug verbinden, das ist einfach Ja, außer wo ein Zaun dazwischen ist Ja, so wie bei Groen Communitys habe ich das gesehen, die haben Ich glaube von 102 bis 90 verbunden Ach, drum haben die so Ja, dann weiß ich ja warum Ja, zeige ich nachher Das scheiße mit dem Fahrspuren Drum haben wir uns auf unserem Auf unserem Projekt keinen Treffkontroll drinnen Das ja Nur aus dem Grund habe ich den Dingen und wegen der Kamera Weil das ist ja das Ah, haha Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Ne, ich fahr zurück Ne, fahr ich nicht Ja, fahr mal runter Dann fahr ich wieder rauf Wir müssen jetzt vorgehen, wenn der erst am Ende ist, dann ist es besser Ja Notfalls nah hat nochmal mit dem groben Drehbad und Ja, aber ich glaube die warten eh alle auf uns Ne Oder warte mal, ich guck mal auf der Karte Ob man ob, was die hier angesehen haben Äh Wachstum, hä, ja Ja, Teile sind fast gewachsen Aber die warten, glaube ich, fast schon auf uns alle Aber wir gehen erst auf Wenn das Feld fertig ist, können die sich von mir aus spugeln Schaut's auch nahig aus Ah, dann müssen wir aber gucken, dass Wir irgendwie Noch vor wir in den Urlaub fahren Dann haben die Felder irgendwie Abgeerntet bekommen, weil das Verdorren ist die ganze Zeit nämlich her Pflanzensterben aus, steht hier Pflanzensterben aus Aha, okay Ich denke die haben vorgespult bis Alles verdorrt waren dann Ja, die werden komplett am Anfang mal alles vorgespult haben, dass alles erstmal verdorrt ist Da hatten sie bestimmt Alter Was, Alter Was, Alter Mega-Lack gerade Äh, ja, Mega-Lack, das kann ich dir sagen, warum Das lag an mir Warum? Weil ich, äh, Licht eingeschaltet habe Und drum hat's bei jedem Ach so Einmal Oh, jetzt nochmal Das war nur bei mir wahrscheinlich Ja, ja, das ist so eine gemütliche Arbeit Das sehen Dann fällt ein bisschen Schön mit 13 km h dahin, tingeln Lalalalalala Äh, lol Was? Ich sollte vielleicht die Sämaschine aufklacken, dann wird's gehen Irgendwie habe ich die Sämaschine zugeklappt, gerade Ups Ja Oh, Scheiße, nur 30 Liter Oh 44 Na, hast du eigentlich das Tankfass vollgemacht, oder wo bist du da zu tun? Das hat Hitch oder irgendjemand noch gestern Abend vollgemacht Oh, okay Ach, der Steier ist wieder nur 40 Liter, was du scheiße Ja, der 12 Liter hat der im Durchschnitt, wenn ich hier fahre Oder zeigt's mir an Und der untere Wert, keine Ahnung 3, Das ist eh Durchschnitt Ja, aber die bewegliche Zahl liegt bei mir bei 12 Liter Wenn ich fahre Die unter der Prozentzahl Ach, Scheiße, den Erb Juh, egal Da ist diese Modschuld dran Aber der ist gut Ich mag den Realistisch Ja, vor allem, mir gefällt dieser Thrasher Der ist ja Der ist wirklich gut Wo ich den Sound gehört hab, da dachte ich mir, oh Wolltest du den noch herhaben Keiner, ohne Hätte ich nur Schau dir 10 Meter Schau dir 10 Meter rückblicklasse Thomas Telleracher Was? 10 Meter? Schau mal in unsere Gruppe Keiner, ach, das hab ich schon gesehen Achso Achso Schalalalala Schön entspannt sein Ja Die Felder passen wenigstens noch zu den 3 Metern irgendwie Nicht so große Felder Nicht so große Felder Wir hätten vielleicht am Anfang zwei Dings holen sollen, zwei Steier und zwei gezogene Sähmaschinen Ja Auf der Linde So für die Geht's um, die geht auch Ja Nur das wird wahrscheinlich schon der erste sein, wo weg geht Dann muss ich mir erst noch erkundigen, wie das war mit ihrem kommenden externen Konto und tralala Achso, ja, wegen, ey, kaufen oder alles, aber jetzt kaufen, ne Ja, verkaufen Weil wenn wir irgendwas verkaufen, wo das ist, oder wo wir das hin tun müssen, keine Ahnung Ja, aber Nur bei Nachfragen würde ich machen Aber Nachfrage dauert halt Aber irgendwie meinten die auch, das Lager ist ein Ach ja, das Lager, genau, man hat am Hof irgend so ein Lager Und das ist das 3 Wie voll kann man das machen jetzt? Keine Ahnung, nicht so voll auf jeden Fall Glaub 700.000 oder so Ja, ich weiß nicht, irgendwie muss man irgendwann bald verkaufen sogar, also man kann's nicht ewig lang World of Goons Community selber, die haben 4 Millionen Liter Kartoffeln drin Ja, dann gibt's oder so 2, 3 Millionen Ja, aber bei denen ist die Map da auch Ja, wenn die die ganzen Felder verbunden haben, weißt du, was das für eine Größe abgibt Da kann's ja dann dreschen und keine Ahnung was unendlich machen Mhm Aber was auch nicht unendlich werden soll, ist unser Part Denn wir laufen Richtung 15 Minuten wieder und ja Ich würde sagen, das war's von mir wieder und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder Tschüss! Ciao!